ja hallo leute ich bin's euer michael ich grüße alle ich bin heute auf der seise haben guckt euch dieses panorama ist nicht geil und das spannende ist jetzt zum dritten mal hier passiert gleich etwas ich weiß nicht ob ich was verbrochen habe aber ich hoffe ihr könnt erkennen ich schaue mal dass ich den irgendwie drauf kriege da ist ein flieger und zwar ein militärflieger wenn ihr gleich genau drauf guckt ich bleibe mal stehen da fallen gleich erbsen raus ich weiß nicht ob das angriff der klug krieger ist und so weiter sofort da kommen sie raus seht ihr das angriff der klug hier oder weiß der teufel wie man das nennt da fallen sie raus wie erbsen schaut euch das an jetzt bereits das dritte bataillon was abspringt ja gut vielleicht ist auch noch das weder dabei aber ich da fliegt er weg obi wan kenobi mit mir ist die macht mit mir ist alles mir geht's auch gut ich bin happy und abschließend guckt euch das panorama nochmal an guckt euch das an alles die dolomiten da sind noch vereinzelt könnt ihr die erkennen die falschen springer alles die salse haben wahnsinn jetzt dreht er wieder vielleicht kommt sogar ein viertes mal tschüss